Also, was wollen Sie machen, Sir? Wollen Sie jemand anrufen? Die Rettung? Oder die Polizei? Zieh dich raus, mein Schatz. Was ist denn das für ein Ton? Pass auf, dass ich dir deine Eier nicht ausreißen will. Worauf warten wir? Und außerdem habe ich langsam Hunger. Das ist nach. 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 Puff.